warum steht das teil nicht wir sind live einige haben gefragt und gebettelt und gebittet ob ich nicht bezüglich des aktuellen projekts mal live gehen könnte sind wir hiermit hallo und herzbekommen aus den arzt aus innsbruck ich hoffe euch geht es gut ich bin ziemlich im arsch es hat wieder mal 40 grad hier im studio ich muss viel wasser trinken liegt aber auch daran dass aktuell drei 3d drucker zur selben zeit hier herinnen laufen der raum nicht besonders groß ist und auch wenn ich oftmals im economy modus arbeite heizt sich ja doch einige dieser platten hier auf und dann hat sich halt einen raum der so schon heißes naja toll ist gut maverick ist da sebastian roland grüß euch schön dass ihr den chat schreibt es geht um das baby hier mein ziel ich möchte diese woche und ich habe eigentlich nur noch bis freitag weil ich freitag samstag sonntag weg bin den so gut wie fertig haben was drucken schleifen füllern angeht wobei ich jetzt schon sagen kann schleife und füllern das wird wahrscheinlich noch etwas länger dauern denn wenn man sich so viele stunden mit 3d druck beschäftigt und beim füllern dann schnell schnell macht dann bringt das auch nicht der soll schon schön werden aber grundlegend soll mal alles gedruckt werden und ich stelle jedes mal wenn ich denke jetzt habe ich alles fest ich brauche von dem teil noch zwei stück und nicht nur eines oder wie auch immer aber mal schauen was ihr so ein chat schreibt akul ist dass du wieder mit dem helden macht service aus thüringen natürlich du hast auch geschrien du würdest da gern was hören schön gut namen aus dorpen und marcus grüßtig wunderbar schön dass ihr euch alle freut wie gesagt ich bin ziemlich im arsch heute ist wird auch wahrscheinlich nicht lange gehen die ganze seite muss noch verklebt werden die ist momentan nur gesteckt und ich habe zwei minuten epoxidharz nein sofort kleber wohl epoxidharz und ich glaube wir werden den bald mal zusammenstecken aber ich kann so ein bisschen mit euch darüber quatschen ich liebe fallout ja das war ich okay gut ich zeige euch jetzt mal ganz kurz wie der helm aussieht wenn er fertig ist so in die richtung könnte er aussehen es gibt verschiedenste varianten auch in dem spiel auch die bemalung ist komplett ja unterschiedlich aber ihr seht schon wieder aufgebaut ist er hat visiert der das bild sieht jetzt übrigens auch gespiegelt aus nee nee passt sogar schläuche links und rechts die werden nicht gedruckt verschiedenste funktionen die auch im spiel machbar sind wie zum beispiel rechts oben seht ihr über dem rechten auge das ist eine lampe die möchte ich sogar in echt machen oder zumindest das was hier ist dunkelgrau gedruckt ist mit einem transparenten filament drucken ich habe immer noch transparentes filament und dann möchte ich die lampe hier oben auf jeden fall auch mit einer richtigen lampe beleuchtbar machen wird ziemlich cool des weiteren ich habe hier ein template das ist eigentlich gedacht für die augen oder für das visier hier das passt hier auch wenn ich mich anstrengen würde genau rein da muss ich noch schauen ich möchte ein grünes visier machen und ich muss schauen ob ich es rückseitig lackiere das geht mit ganz feiner airbrush eine plexiglas scheibe lackieren dann in dieser form zu schneiden und eben biegen mal schauen wie das funktioniert aber das ist zukunftsmusik und da werden wir bestimmt auch miteinander ein zwei live videos machen bis der dann fertig ist ich gehe jetzt mal davon aus dass das nächste video den dann schon komplett geschliffen und wahrscheinlich in der grundfarbe grundiert zeigt hier drinnen ist eine große kiste voller weiterer anbauteile ich bin froh dass die separat gebaut oder zum drucken sind sonst wäre es eine höllenarbeit zum abkleben und auch zum schleifen das sind zum beispiel so sachen das teil hier das ist vorne der visier riegel der runter geklappt werden kann und dann kann man so ein visor mit einschalten die ganzen schlauch verbinder sind da noch drinnen die müssen alle separat geschliffen und wahrscheinlich in anderen farben markiert werden über das farbkonzept bin ich mir noch nicht so ganz im klaren mal schauen ich zock das spiel aktuell auch wieder das hat mich auch dementsprechend wieder gehypt macht ihre spaß und ich zeige euch jetzt mal wie das ganze aufgebaut ist heute gibt es mal keine on top kamera die kamera da oben die ist im studio drüben weil ich aktuell gerade ein neues photoshop und fotografie training aufzeichnen und ich dazu diese kamera benötige deswegen heute ohne kamera hier herinnen so zusammen kleben werden wir die zwei hälften noch nicht ich habe das deswegen in zwei schritten gemacht also man könnte den ganzen helmen zusammen kleben dann füllen und spachteln nur bin ich hier wesentlich stabiler wenn ich die halbe seite nur mache und am schluss das ganze dann schlichtweg zusammen klebe einmal mit einer klebenaht und dann nur hier diese stelle nochmal füllere schleife spachtel füllere schleife spachtel wie gesagt das ist ein ding das braucht seine zeit super geile geschichte so ein helden steht schon lange auf meiner liste machst du nur den helmen oder die ganze rüstung ja reiner es gäbe für diese power rüstung extrem geile möglichkeiten muss ich einfach so ausholen das ist eine ganzkörper rüstung die durchaus viel 3d druck oder ja wahrscheinlich muss man es mit schaumstoff machen arbeit in anspruch nimmt wir werden sehen am momentan ist es nicht geplant aber ihr seht ja hier die waffe die hängt man also die laser gun ist schon mal fertig das passt die bastelgarage ist auch da servus grüß dich ich mache es mal langsam ich habe den bitboy zum beispiel auch noch gar nie fertig gedruckt ich habe das teil irgendwo hier rumliegen das ist so ein so eine armklammer eine elektronische mit display drauf gibt es extrem geile 3d druck varianten wo man den display im prinzip statt dem handy oder das handy statt dem display reinschieben kann mit einer app das ganze steuern kann also das spiel ist sehr komplex und wenn man so eine power rüstung baut muss man sie wirklich von kopf bis fuß bauen damit sie auch gut aussieht aber es wird eine schwierige geschichte lohnt sich die arbeit oder wäre ein kauf billiger markus ich mach das nie mit dem hintergedanken ob sich die arbeit lohnt da stecken so viele stunden arbeit schon darin da kann man sich weiß es da irgendwie replikas gibt was es bestimmt irgendwo gibt muss man mal schauen ist es bestimmt günstiger sich ein guss einfach zu kaufen von irgendjemandem der das halt die masse produziert aber dadurch dass ich es einfach ich finde es geil zu sagen am schluss aus so einer rolle filament kommt irgendwann mal sowas raus ich mag sowas da stehe ich voll drauf aber ich wurde übrigens unterstützt vom sven mit nicht nur wasabi nützen 800 gramm sondern alles drum und dran ich habe extrem für süßwaren bekommen auch wenn ich ja eigentlich momentan versuche abzunehmen dass wenn ich schuld dass ich wieder zunehmt genau anta ja grüß dich gute fahrt tragbar oder dekoderhelm ne auf jeden fall tragbar der muss auf jeden fall tragbar sein also ich werde mir auch überlegen wie ich ihn drinnen ausstatte weil ich habe jetzt gerade kurz für das screenshot bild hier für das video bild hier aufgesetzt er tut höllisch weh weil da sind ein paar spitze stellen drin also ne da muss auf jeden fall schaumstoff rein dass der richtig gut sitzt der soll schon tragbar sein auf jeden fall mit was für einer nostel große größe ich druck eigentlich seit der ender 6 nicht mehr funktioniert nur noch mit einer 0,4 nostel ich druck alles mit der 0,4 nostel ich kann euch übrigens druckeinstellungstechnisch da einiges verraten ich druck mit vier wandstärken mit sechs boden beziehungsweise sechs deck schichten dann kriege ich das teil auch so stabil raus dass ich theoretisch ordentlich was wegschleifen kann mein ender 5 plus druck momentan so extrem sauber dass man hier fast keine rillen mehr sieht also ich druck mit der 0,2 schicht höhe also nicht im draft sondern im normalen modus hat den vorteil dass die drucke wesentlich sauberer rauskommt vor allem die kanten weil die sollten extrem passgenau sein weil das ding ja wirklich dann auch zusammengestücke wird aus zwölf einzelteilen wird der ganze helden korpus mal gebaut und je sauberer man druckt umso besser ist es dann druck ich mit einer geschwindigkeit von im schnitt 80 mm die sekunde und den infill den habe ich auf ungefähr 16 prozent und wenn irgendwer fragt wo kriegt man die druckdaten her dann geht auch 10 givers in givers gibt dann einfach ein fallout helmet und dann kriegt ihr meistens diesen weil der ist irgendwie der gängigste ist auch eine das der besten modelle ich habe lange gesucht ob es ein besseres modell gibt nee also auch kaufmodelle wirken nicht besser könnte man nicht warhammer figuren mit silikon und harz klonen oder sind die zu filigran würde ich nicht sagen also ich kenne keine keine warhammer figur die ich als guss modell später dann wieder weiterverarbeiten kann man müsste sie theoretisch im guss rahmen also wenn sie noch nicht zusammengebaut sind gießen aber so eine gute gussform zu erstellen man kann sie und es gibt extrem gute jetzt nicht von games workshop aber es gibt extrem gute modelle die man mit resim drucken kann da brauchst du den guten resim drucker der wirklich sehr sehr feine und genaue sachen drucken kann dann kannst du durchaus auch modelle drucken die du zum bohrhemmer spielen nutzen kannst was nutze ich für eine spachtel masse die frage die sich irgendwie immer stellt und ich habe wieder mal nicht darauf geachtet eigentlich so arbeite ich mit zwei spachtel massen und beide sind aus der autobranche ich habe hier eine ganz klassische die habe ich im baumarkt gekauft für spachtel zwei komponente also kriegst du immer das dazu klassische auto spachtel masse härte dementsprechend wenn man das mischungsverhältnis einigermaßen gut einhaltet härte dementsprechend so gut aus dass man die teile wunderbar schleifen und ausgehärtet verarbeiten das geht gut guten abend bei dir schön dass du wieder gesund bist ja ich bin wieder gesund aber schon über eine woche die störung verlinkst du bestimmt du meinst die stl ja wie gesagt finger was und fallout 4 eingeben ganz ehrlich ich finde die teile auch ihr findet sie auch und ich bin jetzt eher der blöde typ so genau genau wichtig ich brauche eine beißzange das ganze modell ist so aufgebaut dass man mit standard dübel die verdübelt also man schneidet die dübel mit der säge einfach ab ich habe so kleine stifte gemacht und die passt hier genau rein und so kann man mal die grundform beim verkleben vorgeben weil ihr kennt das ist es gibt nichts schlimmeres als wenn man das teil hier jetzt da dran machen muss und dann muss man mit klebeband arbeiten und teilweise bei so schwierigen sachen haben wir dann das problem dass man auch die die zwingen nicht mehr anbringen kann ziemlich schlecht dann immer achten darauf ich habe in dem fall jetzt zwei stellen die glatt sind das ist die stelle von der aus gedruckt wurde somit ist diese stelle die ich jetzt verkleben muss nicht hundertprozentig flach die muss abgeschliffen werden und da brauche ich wieder meine kleine nagelfeile ich kann dir die presto mc kombi sehr ans herz legen lässt sich super schleifen und du hast du froh deine glatte oberfläche muss ich googeln ich bin für alle alle infos und schandtaten bereit so ich muss jetzt die kanten brechen ich predige es ja immer wieder aber wenn 3d druck eine rechteckige kante nachfährt also eine kante die zum rechteck wird sind die kanten dann doch immer etwas rundlich das sollte man brechen damit diese flächen wenn sie aufeinander liegen auch glatt aufeinander liegen christian das dem und nagelfeile hat mir das letzte mal auch schon es hat niemand diese nagelfeile mehr gefunden das ist ein deko geschenk gewesen also das hat wirklich ein nagelstudio und keine ahnung wo es die gibt also es hat sie auch glaube ich niemand rausgefunden aber ich halte es gerne noch mal in die kamera das ist die firma die das als deko in die auslagen rein stellt vielleicht kannst du dort ja den firmenchef bezirzen und weil ich glaube es ist eine firmenchefin hast du mal den dann geht kleber ausprobiert ne aber jetzt schleifst du die klebestellen vorher an ich habe das problem dass superkleber mit pla mechanisch nicht sehr stabil ist ja ich schleife sie an ja aber ganz ehrlich da reichen oftmals auch ganz klassische nagelfeilen kurz mal anschleifen und ich klebe ja nicht mit superkleber sondern ich klebe mit epoxidharz ich weiß nicht ob das die bessere verbindung ist ich habe aber das gefühl dass bei solchen stellen ich mit dem 2k plus epoxidharz das der nennt sich sofort fest ich zeige ihn dann eh noch mal wenn ich ihn brauche die besten ergebnisse erziele vor allem weil er halt auch in zwei minuten aushärtet an der mars gut wir sehen uns ja christian aktivator spray das war das letzte mal auch ein thema habe ich einige coole tipps bekommen und ich habe sie auch gleich bestellt also ich bin gespannt ich bekomme zwei verschiedene aktivator sprays nächste woche und dann hoffe ich mal dass das dann gut funktioniert so die kunst beim 2k kleber ist natürlich auch immer in perfekt im gleichen massenverhältnis anzurühren aber das kriegt man hin so man muss nicht zwingend extrem schnell sein es ist wie gesagt ein klebstoff der nach zwei sekunden nicht nach zwei minuten nicht mehr zum verarbeiten ist man merkt es auch der wird extrem sahnig und dann hat man eigentlich keine chance mehr den gut zu nutzen dann kommt hier der stöpsel rein und auf dieser stelle fülle ich noch das loch und macht den rest des klebers drauf ich spare hier mit klebstoff nicht das ist mir egal gerade wenn innen der klebstoff ein bisschen reinringt bringt es mir eigentlich nur noch mehr stabilität und mit der zeit kriegt man so ein gespür wie viel klebstoff man anmachen muss um so eine klebestelle hier eben gut zu verkleben und der ist jetzt auch noch für sich gut ihr seht das nicht ganz gut beisammen so dann lassen wir ihn ganz kurz antrocknen ich habe den Dosen vom Batman mit 3D-Pen zusammengeklebt und mit ABS-Kleber geklebt ist schon zweimal runtergefallen und hält immer noch es gibt verschiedenste auch sehr sehr gute Techniken wie man kleben kann ich glaube es hängt auch viel von den Kosten ab ganz ehrlich Klebstoff kann extrem teuer werden in meinem Fall sage ich ich komme mit der Technik hier ganz gut klar aber ich habe mich nicht gut vorbereitet ohne Handschuhe arbeite ich hier nicht gerne so dann drücke ich da einfach mal ihr seht da kommt jetzt schon ein bisschen die Wurst raus ist nicht tragisch das Teil ist sowieso noch nicht verklebt und auch nicht gespachtelt dementsprechend kann ich hier alles mal fix machen dann habe ich auf der anderen Seite das auch probiert und es hat geklappt ich kann hier zwischen Auge und Nasenloch eine Zwinge setzen so und ich mache es jetzt immer so ich setze in der Innenschicht damit die Teile schlichtweg gerade bleiben noch eine Partie Heißkleber drauf einfach nur eine Linie rüberziehen weil ich habe nur leider Gottes also das ist das Manko des Modells ich habe zwar diese Klebestellen wo ich oder diese Stellen wo ich die Dübel reinsetzen kann aber nur an einer Stelle und damit ich hier komplett plan bleibe und dass es sich jetzt beim Trocknen hier nicht verdrückt und verzieht setze ich von hinten noch eine Heißkleber Pistole naht drauf und damit wäre es das schon gut erste Aktion erledigt warten wir zwei Minuten lässt sich der 2K Kleber auch gut schleifen falls man zu viel erwischt hat auf jeden Fall also der der gut der gut das ist der Uhu plus Sofortkleber den gibt es in fünf Minuten Aushältungszeit und zwei Minuten ich habe bisher immer den fünf Minuten genommen keine Ahnung warum ich jetzt den zwei Minuten habe der geht aber genauso und zwei Minuten sind erstaunlich lang wenn man das in Etappen macht funktioniert das sehr gut sag mal Matthias hast du schon mal mit Silikonformen gearbeitet wie schaut es aus wenn ich Silikonformen mit Glasfaser und Epoxidharz verbinde bekomme ich die Silikonformen wieder getrennt brauchst nur ein Trennspray rein machen einfach ein WD40 reinsprühen oder mit Babybuder oder Talg Talgbuder kann man das auch machen die Form auskleiden einfach WD40 rein sag ich Fettspray fertig erledigt Verletzung die erste schreibt Kiki Rallis bastelt gerade schon Pause zu Ende für Spaß ich hoffe du hast ihn noch gesehen ich wünsche dir einen schönen Tag ja jetzt wäre er zum Beispiel so weit dass er nicht mehr verarbeitbar ist jetzt ist er jetzt klebt er auch nicht mehr am Finger er ist einfach nur noch so klebrig passt ganz gut nächste Stelle ist die hier muss ich jetzt selbst schauen wie ich sie verklebe die haben sogar so weit mitgedacht die haben sogar so weit mitgedacht manche dieser Löcher die haben keine Möglichkeit dass man den Dübel durchschiebt andere schon jetzt wenn ich hier in die Ecke rein will ja dann muss ich ja eigentlich nach oben den Dübel treffen und auf die Seite den Dübel treffen diese Seite hier hat die Möglichkeit dass ich den Dübel verschieben kann ist einfach clever durchdacht da hat jemand mitgedacht der sowas bestimmt schon mal gemacht hat der hat schon Fehler gesehen und weiß wie man sie ausmerzt schleifen wir mal an die Stelle habe ich schon geschliffen die fehlt noch Mike grüß dich wenn es klebt und pappt dann hat es geklappt ja so in die Richtung wie kam es dass du vom Photoshop zum 3D durchgekommen bist seit fast 11 Jahren verfolge ich dich also das klingt so als würde ich keinen Photoshop mehr machen ich mache mehr Photoshop denn je aber es ist halt eher in den Firmenbereich gegangen und da ich die Fotografie eigentlich als Hauptgeschäft habe und ich sehe sehr viele Rüstungen und so Waffen und so Zeug für meine Shootings brauchte bin ich irgendwann mal vor drei Jahren aufs 3D-Drucken gekommen und verfolge das und da ich schon einen großen Kanal hatte dachte ich mir ich zeige euch jetzt einfach mal dass der Schweighofer auch andere Sachen macht und hier gibt es viele die Interesse an der ganzen Geschichte haben und vor allem ich liebe es ja zu basteln und ist es nicht mehr basteln also mehr basteln als das gibt es ja fast gar nicht so eben wie ich sage basteln ist immer was Schönes sind eigentlich wieder Projekte in der Größe von T800 geplant ob ich wieder was mit dem Terminator mache nein aktuell nicht wirklich aktuell ihr habt es vielleicht mitbekommen ich habe längere Zeit nichts mehr gedruckt weil die Drucker irgendwie verstaubt sind und ja ich hatte auf einmal keinen Bock mehr auf Druck war so passiert ab und zu bei mir ich hatte Bock auf andere Sachen und vor zwei drei Wochen kam Corona ins Haus und dann stand ich allein zu Hause und hatte irgendwie Bock irgendwas zu machen und dann kam ich drauf hey ich könnte ja für meine 3D Brille ich habe so eine Oculus Quest Brille könnte ich Bauteile drucken gesagt getan habe die Drucker angefangen und festgestellt hey meine Drucker die klappen ja eigentlich alle noch die funktionieren tadellos und so kam es von einem ins andere und jetzt bin ich halt wieder mal dabei mal schauen wie lange aber ich glaube ich glaube nicht also ein Großprojekt steht aktuell wirklich keines an das einzige was mich reizen würde ihr könnt euch vielleicht noch erinnern ich habe vor zwei Jahren mal einen antiken Taucherhelm gedruckt ein riesen Ding der tatsächlich dann auch ein Aquarium beinhaltet hat und ich habe mir den vor ein paar Wochen angeguckt dann noch festgestellt der ist eigentlich wunderschön aber mit dem jetzigen Stand der Dinge und meines Wissens wie man mit 3D Druck umgeht kann ich das eigentlich fast nicht mehr gutheißen wie der gedruckt wurde also der ist katastrophal verdruckt den habe ich damals auch mit dem Ender Klon mit dem Alpha Vice U30 Pro gedruckt das eigentlich das ist ein cooler Drucker aber ich habe meine Drucker mittlerweile besser unter Kontrolle viel besser und würde behaupten ich könnte mir vielleicht vorstellen dieses Projekt erneut zu starten und noch mal einen Taucherhelm zu machen vielleicht kann man einen anderen ja für einen guten Zweck versteigern wer weiß wer weiß vor allem passt das Aquarium ja immer noch mit rein wo übrigens nie Fische drinnen waren nein immer nur Pflanzen so und weil ich gerade daran denke und die Flasche irgendwo gesehen habe finde ich sie jetzt auf die schnellen man kann schon Aktivator Spray auf Superkleber oder auf Sekundenkleber drauf machen man kann aber auch Kältespray auf Heißkleber drauf machen und auf einmal ist der kalt ist voll geil Matthias was ist eigentlich aus der Dose für deine Nichte geworden noch bis Sonntag fertig geworden Kiki ja tatsächlich die sah scheiße aus habt ihr gesehen ja die die zwei Muschelschalen die Druckdatei war irgendwie eigenartig weil Deckel und Boden ineinander gedruckt wurden aber ich habe sie geschliffen bin nochmal mit dem Bunsenbrenner darüber und habe das Innenleben dann schlichtweg mit ähm wie heißt das nochmal Moosgummi mit pinkem Moosgummi ausgelegt sie war hellauf begeistert sie ist vier ich dachte schon das ist jetzt keine Raketenwissenschaft was ich hier da leisten muss also es hat gut funktioniert muss auch mal wieder drucken viel Bock mit wenig Zeit ja kenne ich meine ganz andere Frage ist euch eigentlich aufgefallen dass der Wikinger von den Walkings dasselbe Körperbau und Baut wie der neue Typ hat aha Matthias Schweikhofer ist doch ein prima Aufruf durch die Hintertür dass wir dir Filament schicken nein ich müsste mir momentan kein Filament schicken ich habe echt noch recht viel zu Hause ja der Thomas ist da grüß dich morgen Matthias wieso Fallout ich finde es großartig genau wie Mad Max Endzeit ist klassisch äh wieso Fallout keine Ahnung ich surfe gerne auf Thinkgebers & Co und dann stolpe ich tatsächlich durch Zufall immer irgendwie über solche Dinge stelle fest brauche ich nicht aber möchte ich haben brauche ich nie eigentlich ja und ähm dann wird erworben oder halt runtergesaugt wie ein Hola und dann drucke ich wieder mal tagelange Sachen Perfekt da hat sich die Maus bestimmt riesig gefreut ja bei Kindern mit vier Jahren ist die Aufmerksamkeit Spanne bei Geschenken ganz anders da schenkst du einen riesen Swimmingpool so ein Einhorn Swimmingpool und dazu noch keine Ahnung verpackst du das Ganze mit äh wie heißt das Snow White nein Hello Spinn ich jetzt Eisprinzessinnen Papier und das Verpackungspapier weil da die Eisprinzessin drauf ist von Disney ist viel toller als der Rest Kinder muss noch einen Kopfgeldjägerhelm machen okay was war eigentlich der längste Druck am Stück und für was Terminator der Oberschenkel des Terminators dreieinhalb Tage ein Stück nee 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 gar nicht mehr war ich hab Patrick Patrick siehst da in der Größe gedruckt das hat fast den ganzen Baurahmen meines Ender 5 Plus eingenommen der war fünfeinhalb Tage ich glaube ich hab drei Rollen Filament gebraucht das war unfassbar Frozen heißt das danke Salzkreis danke Mike sagt er hat gerade die Dateien 42 an der Stückzahl runtergeladen sind es 42 ach ja ja bedenke es sind es gibt manche Teile bei dem Helden die musst du doppelt drucken das steht aber nirgendwo da also du musst dir die Bilder immer genau ansehen und sehen ah dieser Bügel den brauche ich links und rechts das kenne ich als Vierfachtanne ah Tante was eine Vierfachtanne echt ich bin eine Eibe nein ich bin eine Buche oh jetzt wird viel geschrieben so jetzt mal anders umswitchen und nach oben gehen Studio zusammen und Grill anschmeißen nach 12 autobeschütteln diese Woche muss das jetzt sein schön dass du uns daran teilhaben lässt Mahlzeit ja bettelt euch darum wer die meisten Teile druck unbedingt genau für solche Sachen ist dieser Kanal gedacht ne ich meine es viel größer ne ich habe ich habe da viel mehr Dateien gedruckt ja halt da so ähm letztes Bauteil ja also die sind jetzt nicht mehr wirklich sticky aber ich würde nachdem ich jetzt hier alles verklebt habe die Sache bevor ich sie jetzt füller und schleife mindestens bis morgen in der Früh also so sechs bis acht Stunden durchhärten lassen denn ihr trefft beim Anmachen dieser Klebstoffe nicht immer das genaue Mischungsverhältnis manchmal habt ihr ein bisschen mehr härter manchmal ein bisschen mehr Füller ist das Füller härter keine Ahnung und dementsprechend kann es eben sein dass manche Klebestellen nicht nach den hier angegebenen zwei Minuten trocken sind sondern die brauchen schlichtweg ein paar Stunden vor allem wenn ihr relativ dick die Sachen hier anrührt kann das eben so der Fall sein deswegen trocknen lassen es geht ja eigentlich bei den zwei Minuten nur für mich jetzt um die Anfangshaftung wenn ich nach zwei Minuten die Klammern wieder runternehmen kann und sagen kann ey das Ding hält Bombe bin ich glücklich denn ich hasse nichts anderes als lange zu warten auf einen Klebstoff wo ich vielleicht sogar die Bauteile in der Hand halten muss furchtbar so hier haben wir das gleiche Prinzip wieder blöd dass ich jetzt einfach nur Moment ich habe hier voll die technischen Probleme jetzt kann der nämlich hier so rein wo ich merke es im Chat geht es gerade voll ab weil ich euch wahrscheinlich gerade alle voll beleidigt habe ich hoffe nicht ich hoffe nicht aber ich habe hier nur noch ungefähr eine Minute bis ich den Klebstoff wieder runterkratzen kann so ein Schwarm ich habe Dübel Probleme ich bin mir ein 16-jähriger Kiffer ich habe Dübel Probleme so das muss ich tatsächlich hier anders lösen als gedacht bleib du mal hier stabil bleib mal stabil dann halt nicht stabil Gaffa rettet Leben ich sage es euch und wer hat vergessen die Heißklebepistole einzustecken da geht noch was da geht noch was ja ein bisschen kriege ich noch raus das soll ja glatt wie Uschis Popo werden hier ich schaue mir gleich an was ihr so schreibt kalte Finger so hält also hält und das hält auch so Drucker habe ich leider nicht mehr aus Edelstahlfläsch okay kann ich dir die Teile zu was die Teile zusenden oder machst du mir Silikonformen draus ne kein Bock auf sowas andere betteln sich wie viele Teile sie zu drucken ich bin derweilen froh wenn ich irgendwie unfallfrei fertige Druck bekomme ist für viele am Anfang immer das Thema auf jeden Fall und ich muss ehrlich gestehen es gibt Drucke oder Druckherr bei mir da stehe ich auch da und denke mir was mache ich falsch zum Beispiel bin ich extrem froh dass meine Druckeinstellungen aktuell so gut laufen zumindest beim N da hinten dass ich alle Stützstrukturen teilweise nur anhauchen muss und sie fallen raus dann gibt es aber den Alpha Vice U30 Pro wo ich Stützstrukturen wie die hier unten wahrscheinlich mit der Brechstange runter machen muss genau die gleichen Einstellungen aber halt doch anders und so muss man jeden Druck in irgendeiner Form so langsam muss man so langsam rantasten an den Druck genau für 1000 Euro pro Form würde er bestimmt mit sich reden lassen nee ich bin kein Trophi was sowas angeht und ich mache die Sachen nur für mich ich bin da voll das Ego also ich mache sie nicht nur für mich ich mache sie für euch indem dass ich hier Videos mache aber ich nehme da keine Jobs an überhaupt nicht das habe ich viel zu viel Angst dass ich was verbocke ich muss leider raus Andi mach's gut gefühlt mein Fehler ich versuche PETG zu drucken okay brauchst du einen Direktextruder dann geht's leichter ich hoffe du hast einen Druck ist schon was geiles ja Kiki meint möchtest du nicht nicht so rein zufällig den Helm mit Airbrush brushen und dann könntest du ja vielleicht ein Airbrush Anfänger Video raus machen schauen wir uns nochmal den Helm an wie er schon am Schluss aussieht ja Kiki da muss extrem viel geairbrushed werden sagen wir es mal so ich glaube ich glaube dass das meiste Zeug bei dem Helm nicht mit Airbrush gemacht werden müsste den Dreck vielleicht ja vielleicht ich muss mir erst mal im Klaren sein welches Farbkonzept ich haben möchte weil man muss sich das ja jetzt so vorstellen jetzt hat man dann den Druck hier den Helm der ist fertig und der ist bemalen aber vielleicht sieht das beim Helm ganz cool aus die Farbe die man gewählt hat aber wenn man dann doch irgendwann beschließt die ganze Rüstung zu machen wäre es toll wenn die Rüstung zum Helm passt ihr wisst was ich meine und wenn das der Helm feuerrot cool aussieht vielleicht sieht die ganze Rüstung feuerrot nicht so voll aus also ich muss da echt noch in mich gehen aber ich habe ein Wochenende ein paar Stunden Zeit weil ich im Auto sitze als Beifahrer und da kann ich mal auf Google schauen was andere Leute denn so schon für Rüstungen gemacht haben so jetzt redet der zwar war ganz nasal aber läuft ganz gut der sieht so so sieht der Scheiße aus oder so ein bisschen auch Star Wars mäßig aber dann kommen eben solche Teile wie das Teil hier hinten dran dann haben wir noch die hier das ist übrigens eine Technik die liebe ich kennt ihr das? eigentlich braucht man einen Hammer dazu aber ihr bekommt 3D-Druckteile am besten von der Platte runter wenn ihr an einem stabilen Punkt eures 3D-Drucks eine Sollbruchstelle erzeugt also nein eigentlich eine Vibration erzeugt und dann bekommt ihr den ganzen Druck total schnell von der Druckplatte runter den Trick den habt ihr vom Schweighofer ne aber jetzt kommen da zum Beispiel hier diese diese ich sage immer die abgeschnittenen Nashornhörner Elefantenhörner drauf und dann kommen die Schläuche nach hinten die Schläuche da bin ich noch am Schauen da gibt es etliche Foren wo es heißt woher bekommt man eben so dicke alte Schläuche die müssen eigentlich noch dicker sein und dann muss ich mich entscheiden wird er alt und rostig ist es immerhin so ein Endzeitspiel oder wird er nagelneu weil er würde nagelneu auch toll aussehen ach es gibt etliche Variationen das ist das Schöne der Thomas schreibt hi wo bekommt man die STL Datei her so wisst ihr was ich zeige es euch jetzt wie schnell das geht ich habe hier nichts vorbereitet ich gehe jetzt auf ThingGivers gehe auf ThingGivers bin jetzt auf ThingGivers und gebe ein Fall Out Helmet Edge seit 20 Monaten dabei geiler Scheiß so und ich glaube ich habe ihn eh schon gefunden ähm also ich poste euch jetzt schlichtweg den Link hier mal rein und da findet ihr das Teil auch aber ich werde auch diesen Link also den richtigen Link wenn ich es dann richtig gefunden habe ich pin den mal oben an werde ich das Teil auf jeden Fall ganz unten dann in unserem Chat verlauf unterhalb der Kommentare dann posten hier Bauer Amor Helmet das ist der große ja ich stelle gerade fest ich sollte es euch wirklich verlinken so fair muss ich sein ich sage versucht es euch selbst es gibt auf jeden Fall etliche Seiten wo man das Teil runterladen kann kostenlos wegen Schlauch geh mal zu oben ich kann es zum Teil selbst schneiden vielleicht ist da die richtige Dicke dabei also nie tief aufschneiden und zusammenstücken ähm das ist so ein Rippschlauch siehst du ähm der sollte eigentlich noch viel mehr gerippt sein das sieht eher so aus wie so ein Überstülper über die Federn vom Auto Stoßdämpfer oder Federn ja ähm also ein Schlauch der sich ein Quetschschlauch wahrscheinlich wo heißt das Quetschschlauch hier schreibt es bestimmt gleich da gibt es bestimmt gleich irgendjemanden der sagt ich weiß genau was der meint für ein Schlauch ähm und dann muss ich die richtige Staubsaugerschlauch ja hat wahrscheinlich zu feine Brillen das würde wahrscheinlich aber von der von der Dicke her würde das wahrscheinlich auch schon mega geil aussehen durchaus möglich ja aber den kann man also man kann ich möchte den noch Grober Grober Gröber ist Gröber das Plural von Grober Herr Grober Herr Grober wenn Sie sauer sind sind Sie dann Herr Grüber oder Gröber okay ein Faltenbalg heißt das echt Faltenbalg ihr wisst was ein Balg bei uns in Tirol ist ein Balg ist ein ungezogenes Kind ein Trocknerschlauch oh ich habe einen Trockner vor der Haustür stehen der nicht mehr funktioniert gut dass ich immer alles aufbewahre taucherzubehör klingt teuer teuer ist uncool nein wie gesagt ich lese mir dann alles nochmal durch was ihr so reinschreibt da sind schon ein paar einige coole Tipps dabei ähm ich muss schauen aktuell habe ich ich schätze nur aber ich glaube ich habe eineinhalb Kilo Filament momentan verdruckt wobei es leider Gottes so ist das ist keine STL Datei die wirklich darauf achtet dass man mit wenig Support druckt also die Teile sind manchmal extrem schlecht aufgebaut und man braucht sehr viel ähm Stützstrukturen die ich aber alle im Tree Support gedruckt habe also mit Baumstützstrukturen auf Deutsch aber ohne Info das heißt meine Baumstützstrukturen die sind wirklich nur die Ränder außenrum das hat ganz gut funktioniert ich würde mal nach Absaugschlauch googeln da findet man bestimmt was passendes ich schau es heißt Faltbalk ich schau mal ganz kurz ja tatsächlich Faltbälge äh wären wären eigentlich perfekt da haben wir eh schon also ein Gummifaltbalk das das ist Leute ich sag's ja ich brauch euch für solche Sachen brauch ich euch da seid ihr einfach die Geisten ähm ich zeig's euch mal ganz kurz was ich da spontan gefunden habe ich brauche ne warum 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 klappen warum glaubst du nicht ja ja aber mein Link nochmal rein könnt ihr einfach nochmal so schauen aber sowas in die Richtung brauche ich das gibt's wahrscheinlich bei unserem Gummiwinkler der Gummiwinkler das ist nämlich ein Laden der hat alles in diese Richtung der ist super Salz kommen gutes Tag Servus Sabine grüß dich Faltbalk das arme Kind eben das sag ich auch es heißt Faltenbalk uh Faltenbalk klingt sexistisch Frau du bist ein Faltenbalk Sabine ja ich hoffe in Salzburg regnet es bei uns fängt's gleich mal an das Kind zum praktischen Verstauen der Faltenbalk da braucht man heutzutage nur noch ganz kleine Becken so ich hau mir jetzt noch Jelly Beans rein das sind übrigens Jelly Beans mit den abartigsten Geschmäckern die es gibt der Sven hat mir da Jelly Beans mitgegeben aus Indien glaube ich sind die das sind die ultrascharfen ich hab einige gegessen und beschlossen nee geht nicht die zum Beispiel die schmeckt als würde man Gartenschlauch lutschen alter was war das jetzt für eine Farbe faules Ei fein hart also wirklich da gibt's Stinkwanze geröstete Marshmallows schmutziges Spülwasser Geburtstagskuchen alter Kokosmilch verdorbene Milch ah das ist fies die schauen immer zwei sind immer gleich es gibt zum Beispiel ähm saftige Birne und genau das gleichfarbige der heißt Nasenpopel das ist wie bei Harry Potter ich sag's euch wir fragen nur nicht wer weiß wie Gartenschlauch schmeckt Mike mach's gut ja gut Leute haben wir im Prinzip heute mal ein bisschen was geklebt nicht viel ich wusste das wird halt kein langer Livestream meine nächste Aufgabe besteht darin morgen das Teil zu füllen wie gesagt ich mach das mit Spachtelmasse also ich spachtle es bevor ich es fülle ähm sobald beide Seiten einigermaßen gut gespachtelt sind werden beide Hälften in der Mitte hier zusammengeklebt so und ähm dann muss ich die Mittelnaht noch spachteln dann werde ich einmal Primer drüber setzen und danach feststellen oh mein Gott ich muss eigentlich noch tausendmal schleifen und füllern ähm ich möchte aber eigentlich nur diese typischen äh Rillen vom 3D-Druck wegbekommen ähm das wäre jetzt nicht schlimm wenn ich von der Spachtelmasse teilweise irgendwelche Kruspeln und Flecken habe daraus könnte man idealerweise Roststellen dann machen ähm aber so möchte ich mal das Teil grundlagieren in einer Grundfarbe wahrscheinlich wird es grün werden bei mir ich gehe mal davon aus dass ich entweder orangelich oder grünlich mache und dann das dazu passende Gegenstück an Farbe beim Visier rein also grün würde ich orange machen und so ein orange-gelb ist wie so beziehungsweise bei blau wäre das auch ziemlich geil blau wäre auch cool so ein dickes ultramarinblau naja vielleicht schreibt das ja in die Kommentare rein was ihr für Farbe für diesen Helm hier anvisiert habt morgen bin ich der Spachtel was genau Amiga sagt mal guten Abend und alle und in Salzburg hat es 30 Grad ihr armen Schweine Fredis DEI schreibt Matthias Schweikhofer mir ist heute der Kleber ausgegangen ich habe mich in meiner Not an einer Grün Nagelgel bedient ich kann das nur weiter empfehlen lässt sich Weltklasse spachteln und schleifen ein Acryl Nagelgel mit UV Lampe gehärtet und deine Frau hasst dich jetzt oder was Fred spinnst du es gibt Regeln die breche ich auch nicht never klau ein Nagelfeile von your Frau kauf dir selber welche und never go on die schmink Sachen von your Frau ebenfalls ein must have des Männerwissens das muss man wissen ist einfach so ich höre auf mit Englisch weil ich bin scheiße in Englisch naja gut Leute wir haben es ich bin eigentlich durch ich warte jetzt eigentlich nur noch bis ich heute noch sind jetzt 91% gedruckt bis ich den nächsten 3D-Druck hier noch reinschiebe und dann gehe ich langsam ins Bettchen in diesem Sinne danke dass ihr dabei wart Moment der Fred schreibt noch ach so er lacht es gibt auch Anleitungen dass man Flüssigresin zum 3D-Druck bearbeiten nimmt ja aber das ist halt einfach scheißteuer ich kipp da kein Resin drüber kostet viel zu viel und ich möchte auch ein bisschen Spaß beim Schleifen haben dicke Oberarme ich sag's euch in diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zusehen schön dass ihr wieder dabei wart ihr könnt unterhalb natürlich wieder alle Sachen verlinken was ihr wollt und Texte hinschreiben und sagen wie cool ihr seid falls ihr den Kanal mögt dann könnt ihr hier den abonnieren beziehungsweise hier irgendwie das aktuelle Video anschauen ich glaube so mache ich es dann wenn ich raus bin aus der Live-Geschichte Peace Love und 3D-Druck schweig over ich liebe Fallout and out ich liebe Fallout and out ja